Wir als Huabersu sind auch immer unterwegs, unsere Prozesse zu verbessern, also nach dem Motto schneller, höher, weiter und da sind wir auf der Suche nach einem System, das schneller drücken kann als das, was wir bis heute hatten. Wir sind schon früher einmal über Laibingen gestolpert, aber haben es nicht ganz so ernst genommen und haben dann die Kontakte nicht verdanken, Herr Schmid, und haben die Chance bekommen, das Haus zu probieren, bei uns im Haus, das war cool, dass wir wirklich ausgiebige Teste fahren konnten und auch mit anderen Herstellern vergleichen konnten. Wir konnten wirklich feststellen, dass wir mit Laibinger die Geschwindigkeiten erreichen können, die wir uns vorstellen können, um auch neue Anforderungen, die die Normen bringen, etc. gerecht zu werden, wie zum Beispiel Auftragsnummer drauf drücken, was wir heute nicht konnten, und einfach so neue Features können wir jetzt den Kunden anbieten und das ist cool. Bis zum nächsten Mal.